Willkommen zurück bei Inutubia 6. Ja, bei der letzten Schlacht hatten wir den schönen Bedürfnis, in Hefei den Zhang Yao anzugreifen und zu besiegen. Ja, und das war's auch wieder. Ich speicher jetzt. Bis zum nächsten Schlacht. Ich weiß, dass du ein Plan hast und all das! Aber ich kann nicht nur so, wie ich immer mache? Ich habe keine Angst. Es ist mein Job zu planieren. Was braucht von dir ist die Beziehung. Na gut, er hat bereits diese Krieg in seinem Kopf. Ich sage nicht, dass das völlig falsch ist. Es ist wichtig, in den Momenten zu lassen, die Jungen zu spüren. Ich sehe, dass du frustriert bist. Es ist klar, dass du mit Lu Shun musst, wie du kannst. Es ist einfach so, dass du mit Lu Shun kannst. Na gut. Alles, was du willst, mein Mann? Ich habe dich über das. Du insolent Pirat! Hm. Ja. Vorbereitung ist ja alles gut dran. Ich sag mal was zu Burfan. Burfan ist eine Festung, die gerne Burhan Yu haben will. Aber die Weltgruppen haben das für sich genommen. Und dafür haben die Unterstützung auch von ihm bekommen. Und ja, wir müssen jetzt den Burhan Yu hier betreiben. So gesagt, er wird sterben in dieser Folge. Und das war's. Wir starten jetzt. Achtung. Nicht die Guan Yu über die Farn Castle sind. Reinforcements werden. Wir müssen nachdem, bis dann. Und das ist ein Pot sonnt? Mein Gott, oh ihr Z탄 hat den Gegenteil. Wir sind wieder zurückgezogen. Ja, wir müssen zum Tor... Manchmal zu Ende reden, dann müssen wir zum Tor und das ähm... Man, wir müssen sie zurück! Es ist Torzeit! Wir müssen ein Base-Tor... Ja, okay! Ja, okay! Das ist ein Wettbewerb. Ich habe keine Chance gegen mich. 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 Hört mir die Angst. Bin mir kurz so hoch. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ich bin jetzt abgestellter Runde. Es ist der schnellste Weg. Wenn ich jetzt in die Burg reingehe, das ist ein kleiner Weg. Es ist der schnellste Weg. Schnell zu diesem Tor! Tor konntor da 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 Boah! I am rough on your head. You've got no chance against me. You've got no chance against me. It's not true. Your brilliant performance makes me feel alive. You've got no chance against me. You've got no chance against me. What's the head in on you, though? Wang Ping, head of the river and alter its course so that the water flows towards Wang Castle. I cannot follow Guan Yu anymore. I will join you. Swamp back. Swamp back. Come here. Don't go away, you ass. Don't go away. No. Come on. Get down. 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 You've got no chance against me. You've got no chance against me, dude. No! You've got no chance against me, dude. Ja! Geil! Das war krass. Wenn der jetzt über den Brügel kommen wäre, hätte ich den Wasserangriff machen. Angriff starten können. Wasserattack. Wasserattack. Ja, für uns kommt... Ja, für uns kommt der Sterber. So, du bist jetzt! Ich werde dich verletzen! Das ist nicht so. Das ist nicht so! Das ist ein wahrer Krieger! Du kannst dir unsere Höhung über die Band. Das ist nicht so. Das war's für heute. Jetzt geht der Gegend an Trepplos. Ja, Mann. 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 Ich bin kurz eingeschüchtert, aber ich muss noch kurz daumen. Und hier kurz warten. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. Dann kommen drei Freunde, ich warte, ich warte. Ja. Sorry, ich bin liet. Ich warte, ich werde jetzt da, will ich hier? Oh, ich arbeite, ich warte, ich warte. Oh, ich hab die Schnappe gewonnen. Ach, geh mal aus dem Weg, ihr Leute. Wo ist mein Pferd? Ja, hallo Pferdinanz. Alter, was geht denn den Counter ab hier? Alles voll blau. Bist du unnormal? Du hast keine Chance gegen mich. Mein Bruder ist weg. Wan Yu hat fallen. Die Krieg ist ours. Unsere Haltbeld-Fangs gehen zu Wu für ihre Unterstützung. Auf geht's! Wichtig ist. Jetzt gehen wir nach Hause! Oh, man, I fear I'm done. It is over. I am much too old to be making war, God name. You're a born fighter. It is a gift, you know. A warrior whose name is going to live on in glory. Gan Ning, you can't fight all alone. You are a leader now. Take my place. Old man, you're going to be fine, you'll see. They all can see you have the potential for greatness. The rest is up to you, my friend. Old man, enough, stop it. Stop talking as if you aren't going to be around. Old man again. Gunning. Stop it. Old man? Old man? Old man? Old man! Old man! Schade. Old man ist eins von dem Offenblickensperritte. Schade, dass er jetzt gestorben ist. Das war's mal wieder mit der Folge mit Daniel's Around 6. Das war's mal wieder mit der Folge mit Daniel's Around 6. Ähm, ja. Ich sehe gerne mal Kommentare, Likes. Ich werde mich total freuen damit. Ja, und wir sehen uns im Lektischen Tag. Wir sehen uns im Lektischen Tag. Um... ... Untertitelung des ZDF, 2020